Musik Tim Pernitsch mit seinen Hündinnen Luna und Charlotte. Er ist Künstler und Friseur, nennt sich selbst Freischneider. Sein Laden in Berlin-Kreuzberg ist ihm Atelier und Arbeitsplatz zugleich. Vom Glück seiner Hundedamen hat er eine ganz bestimmte Vorstellung. Wenn die sich was wünschen dürften, dann würde es wahrscheinlich Knochen vom Himmel regnen. Und wenn man Luna so zusieht, glaubt man das sofort. Was er sich für seine Hündinnen wünscht? Mehr Zeit zum Spazierengehen, mehr Freiheit in Berlin, dass es mehr Freiflächen für Hunde gibt, mehr Hundetoiletten auch, weniger Zäune und Mauern. Und vielleicht sogar auch mal Junge. Das sind ja beides Hündinnen. Vielleicht sollten die auch wenigstens einmal Junge gehabt haben. Das wäre schön. Das wäre schön. Vielen Dank.